Moin am 27. April. Seit sechs Wochen rollt hier kein Skateboard mehr, kein BMX und auch kein Ball wird mehr geschossen wegen der Corona-Schließzeiten. Der Senat wird in dieser Woche morgen ein Programm verabschieden, unter dem Sportanlagen wieder geöffnet werden können. Auch der Sportgarten arbeitet an einem Pandemieplan. Wir werden das im Laufe der Woche veröffentlichen, damit ihr sicher, aber auch in begrenzter Zahl hier wieder Sport treiben könnt. Wie das aussieht, veröffentlichen wir auf unseren Webseiten und freuen uns über eure Mitarbeit.